Ich heiße euch willkommen. In der letzten Folge Final Fantasy VIII Remastered musste Squall sich als Anführer behaupten und den Angriff des Galbadia Garden standhalten. Da gab es einige Videosequenzen. Squall musste mit einem am Seil da sich durchkämpfen und Renoir konnte gerettet werden. Und jetzt sind wir selber in Galbadia Garden eingetroffen und zum Schluss haben wir uns Cerberos gestellt und es ist unsere GF, unser Garden Force. Das ist die letzte Schlüsselkarte. Damit könnt ihr den Aufzug benutzen. Die Hexe wird auf euch warten. Passt gut auf euch auf. So und jetzt nur zur Demonstration werde ich Cerberos beschwören. Und wie bereits erwähnt, ja. Oh, Blitzker. Oh, Blitzker. Doppel und Trippel für uns alle. Also das Spiel hat, was die Zauber angeht, wirklich einen Nachteil. Überdrüstige Zauber können nicht irgendwie weggeworfen werden. Man kann sie nur per Verwendung wegbekommen. Und da empfiehlt es sich dann wirklich auf Trippel zu setzen. Da kann man gleich drei Zauber auf einmal da wegknallen. Schloss entriegelt. Ich muss mich erst mal ein bisschen orientieren, wo man wie hinkommt. Ah, verstehe. Naja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Okay, jetzt bin ich hier. Oh nein, der ist schon wieder. Kann ich mich irgendwie gegen ihn schützen? Der sieht echt so aus wie ein Monster aus Resident Evil oder Parasite Evil. Ich bin falsch, denn ich bin falsch, ich bin nicht so aus wie ein Mensch. Die Welt strämpf ist nicht so aus wie ein Mensch. Ich bin für eine Zauber angeht. Ich bin riesig. Ich bin kein Geld, aber ich bin nicht nur in der Zeit, ja. Ich weiß das, dass ich ein Mensch nicht verhäutig damit hätte ich geflasen. Ich bin sicher. Aber ich bin kein Geld, aber auch nicht. Ich bin kein Geld nicht. Es ist das, was ich für euch verhäutig auf mein Teinten. Ich bin ehrlich. Echt, wie wenn es riechen könnte. So, sie hat kein Engel. Oha. So. Na dann muss ich wirklich mit Rettri Full Life da antreten gegen den. Ja, und auch mit mehr Schaden. Jetzt geben wir mal den rechten Typ wieder an. Der ist mir auch neu. So, mit Schlaf kommt es uns also bei. Die Monster ist aber auch alle über 5000 FW. Ah, hier ist das Eisstadion. Okay. Ja, da kommen wieder die Jason. Ihr wisst schon was ich meine. Wie die Folge davor kaputt gelacht. Aber ich muss einfach nutzen. Die Gegner werden nur hier erscheinen später nicht mehr. Um. Okay. 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 Ich habe mich mit 9. Das ist auch gut. Okay. 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 Ich glaube mal, da unten geht es weiter, das heißt, da oben gibt es noch eine Etage zum Erkunden. Hättest du nicht vorher, ob diesen Zombie-Hund oder was das da kommen könnte? Ich wollte gerade sagen, hey, endlich mal ein menschlicher Charakter. In einem Garten, und dann zurück. Entschuldigung! Super! Super! Hu! Genau, hier in diesem Raum waren wir auch mal, wo wir von der angeblichen Hinrichtung von Xypher gehört haben. Oder ging es hier weiter? Da ist nochmal ein Speicherpunkt. Na gut, ich kann ja... Also ich würde es okay finden, wenn die gefährlichen Situationen der Odin kommt, aber das habe ich eigentlich gar keinen Sinn darin gesehen. Ich weiß nicht... Das sieht für mich so nach Ende aus. Ah, okay. Ja, dann gehe ich doch nochmal eine Runde. Oh, nice. Ich glaube, es mache ich jetzt voll mehr Schaden. Also... Also... Ich gehe nicht abschneiden. Ich gehe jetzt was, dass ich jetzt schon mal- Das war total abgestimmt. Sorry, jetzt aber ohne Kämpfe. Ah, Aufzug. Okay, eindeutiger geht's nicht. Das ist, da geht's jetzt weiter. Jetzt fängt auch die... Ah, es ist immer, immer so auffällig. Speyerpunkt und... Aber gut, das war so ein kleiner Hinweis. Hey, das ist die letzte Schlüsselkarte zum Aufzug. Ja. Ich hätte ja auch eins weitergehen können, ne? Nach draußen kann ich nicht. Okay. Und diesen Speyerpunkt, den ihr dann gesehen habt. Der ist nur vorhanden, wenn ihr die wünschte Route bei Siren bei jemandem angedockt habt. Das ist ein Speichern, ja. Ich bin der Sieger Kent, wie sie wieder bei mir späten, wie sie fragmentiert. Das ist eine schöne Zeit. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Die müssen jetzt nicht. Und... Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Was soll das? Ich wollte doch nur meine alte Schule besuchen. Schnauze! Du bist hier, um unsere Mama zu töten. Dank man so seiner Mutter? Renoir, willst du gegen mich kämpfen? Vor einem Jahr warst du. Hör auf! Hey du, du bist doch aus diesem Garten. Denkst du nicht, dass du auf der falschen Seite stehst? Mir gefällt es hier besser. Es wird dir nicht gelingen, unsere Gefühle umzuwühlen. Für uns bist du ein Nichts. Du bist nur der Feind. Wir hören dein Gelabern nicht. Für uns bist du nur ein gewöhnliches Monster. Ein Monster? Ich bin der Ritter der Hexe Idea. Eine Horde von Monstern. Das seid ihr. Nichts. wam ich bin nichtätze. hmm ich bin nicht Amateur. So macht's ein Profi. Wie wär's mir grad zu schade? Mega Phönix. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Und ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, ich versuche so spät wie möglich das Anfeuern zu erlernen, weil es gibt nur bei Fancy 8 und ich bin kein Freund davon. Für mich ist ein Aufruf einfach ein Zurückgehen und hier müsste man die Spektaste drücken und dann Viereck, X oder was auch immer spammen, um den Schaden zu erhöhen. Ich bin froh, dass es nur in fortführenden Fancy-Teilen nicht weitergeführt wurde. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Oh, nice! Jetzt werden alle unsere Charaktere unverwundbar. Wow, endlich mal eine anständige Attacke! Scheiße, ich bin noch nicht fertig! Okay, das bringt uns jetzt gar nichts. Okay, ich bin noch nicht fertig. Warum verliere ich gegen dich? Versager! Versager! Jetzt weiß ich, warum ich dachte, es geht im Hörsaal weiter. Weil jetzt ist sie da unten. Ihr habt gegen unsere Mama keine Chance. Apropos GF, was lernen sie denn? Ein Händler wird herbeigerufen. Sehr schön. Dass ich überall, egal wo ich bin, einkaufen kann. Ja. Ja. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Was zum... Du bist, also der legendäre Seed. Hör auf, sinnlos zu quasseln. Hm, alle Achtung, du bist wirklich bemerkenswert. Du bist mir zu bemerkenswert. Ich werde dich hier vernichten. Du Versager. Das ist nicht unsere Mama. Weg mit euch, Seeds. Ich bin Ideas, Hexenritter. Niemand drückt Ideen an. Ich bin selten zauber wie vorher. Ich darf nicht mehr verlieren. Ich darf nicht mehr verlieren. Ich bin Ideas. Ich bin Ideas. Wie kann man das auf der Welt angeln? Wie kann man das Aufwand tragen? Ich weiß nicht, wie sie nie sind. Ich bin Ideas. 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 Na gut, ich werde mich einfach noch ein bisschen zaubern. Ich möchte erst einen Gegenstand stehlen, den er hat. Ah, das reizt mich so. Au, leckon Cerberos. Oh, der greift hier weiter an. Ich muss mich erstmal hochheilen. Genoa. Ah, ich kann bloß den einen denselben Zauber dreimal einsetzen. Nee, das macht keinen Sinn. Nur dreimal denselben Zauber. Ja, du bist denn, was the miner? Dann kommt durch den Zauber- decided, was mit den Klein-Zauber. Ich bin gel�. Okay. Allerwis. Ich bin gel�. Ich bin gel�. Ich bin gel�. Ich bin gel�. Gibber. Ich bin gel�. Ich bin gel�. Das war's für heute. GIF Blind- und Schweigen-Effekt GIF Blind- und Schweigen-Effekt GIF Blind- und Schweigen-Effekt GIF Blind- und Schweigen-Effekt Ah, unsere Abwehr ist komplett gesenkt. Nein. Oh, oh, jetzt macht er ernst. Oh. Ich kann kein Limit mehr machen. Ich kann kein Limit mehr machen. Hier, Alexander. Also. Ich kann kein Limit mehr machen. Ich war eigentlich gar nicht so schlau, dass ich ein Shell auf mir gezaubert habe. Ich war eigentlich so schlau, dass ich das nicht so schlau, dass ich das nicht so schlau. Ich war nicht so schlau, dass ich das nicht so schlau, dass ich das nicht so schlau. Ich war nicht so schlau. Ich war nicht so schlau. So, ihr Shell ist jetzt allo schon, aber dafür wird meine Heilung auch voll im Effekt haben. Oh, das ist völlig verletzt. Ja, das ist wirklich. Also, eine Ertlundheit. So, ich habe das Worte gemacht. Oh, das ist noch ein Halt. Aber ich habe gegen den Halt. Göttertrank, die gesamte Trübel unbesiegbar ist derselbe Effekt wie der unsichtbare Mond von Angel. Was ist passiert? Mein Körper. Grinoa. Grinoa. Seife. Grinoa. Squall. Quistis. Selfie. Irvine. Xer. Ihr seid groß geworden. Ihr seid stark geworden. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Ich habe diesen Tag gefürchtet. Ist heute ein guter Tag? Ist heute ein schlechter Tag? Was ist mit Elyone? War ich in der Lage sie zu beschützen? Ich weiß es nicht. Squall. Rinoa ist. Rinoa. Was ist mit Rinoa? Ja. Liebe Leute, das ist das Ende von CD2. Und wie auch nach dem ersten Teil des Spiels kommt hier ein Cliffhanger. Und an dieser Stelle bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Let's play Fallen Fantasy VIII. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.